da ist die turtle taube ich möchte sagen warum die schon wieder steht los musste die betreiben auch noch so eine mumie oder ein scheiß ding stand voll im weg ich weiß es nicht wieder bei mir wie beim letzten mal die ganzen stimmen schon zu sagen ja ich weiß merke ich nämlich auch deswegen schon die müssen genauso gehen macht er doch wegen uns nicht extra das war mir auch schon klar muster penis johnny ja ich dachte es ist nicht mehr da du hast uns verlassen ich würde euch doch nie verlassen dann sagt das doch bitte wenn wir mit dir sprechen ihr seid doch meine liebsten minecraft freunde ich will keine albträume haben ich nein nein warum nicht aber was weiß er nicht wir brauchen keine albträume auch nicht so viel sind 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 da hat die töte sich dafür scheiße ich bin echt falsch angesetzt habe warum hast du es denn auch ja ich habe da nicht dran gedacht ich habe dir das vorhin noch erzählt aber ich habe nicht dran gedacht mehr ja hatten wir das thema nicht schon mal gehabt naja ein bisschen trötel ich bin keine turtle klar bist du ne turtle und trötel bist du auch nö das bist schon du ne doch boah hey wieder alles abreißen du 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 brauche ich ja erst gemacht was brauche ich denn noch liquid transposer die ach scheiße wie heißt der denn induction smelter induktion smelter tika taka to inwa 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 eisen und pharos eisen und pharos eisen und pharos alter johnny ist wieder halb ablesen die menschen ja so kurz mach mal bitte bisschen nervig gerade danke johnny äh centus den gedo jetzt auch im schlafen naja konnte grad nicht schlafen ich muss mich kurz ausmachen ist egal wartet jetzt nur noch auf centus ja ich muss grad hinrennen lauf lauf du lauf vor scamp das werde ich gleich wieder hell geworden ja lascar johnny als klar als klar dit 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 lalalalalalalalala naja das ist doch gelieten 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 mit deinem kleinen Tieten wuß WAAAAT boah ich hasse das echt WAAAAT nein nicht das jetzt schon wieder los ich erkunde gerade ja und also mich stört das nicht bei mir leckt ich versuche die seite zu dieser weise muss in richtung norden laufen start richtung süden wir denken anders anders denken das ist der politisch korrekte begriff und bei mir geht das essen aus hast du essen pirat hoffen gleich diese johnny lefty game was wieder drum nicht passend eingestellt ist nein hier ist kein pirat verwunderlich immer nur bei dir was war das also er ist nicht gesagt man leistung wieso benutzt er den ganzen arbeitsspeicher ja wie viel hast du denn für mein kopf eingestellt ich habe mich jetzt auch gerade ach du scheiße werden die hatte gerade um die fünf hunderteile abgezogen und einmal so blutband weg benutze ich meine ganzen arbeitsspeicher krass läuft doch sonst nichts weiter läuft bei dir ja wie viel hast du denn für minecraft eingestellt ja da musst du die anderen 16 irgendwo verbrauchen wahrscheinlich windows oder so nein windows brauche ich so viel doch wahrscheinlich irgendein programm bist du noch am rendern oder was so jetzt ist es runter auf 5,54 gigabyte jetzt läuft es läuft bei dir okay traurig einfach mal achso ich brauche noch ein bisschen eisen aber wir waren mitten in der aufnahme kurz jetzt kannst du ja nicht richtig spielen ja jetzt text nicht mehr johnny geht das immer noch mit diesem powersuit mit autofieder ja okay aber ich würde gucken dass es kein rollback kommt sonst hast du nämlich wie ich dein ganzes powersuit kippt wurde für 1000 diamanten irgendwas ausgegeben hast alles verloren nein 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 ich würde auch nur den helmen machen ich schrei doch gar nicht doch dann warst du dann mal voll laut ey ich hab da irgendwelche hörstörungen ne ja so weit ging jetzt eigentlich ne wo er angefangen hat zu sprechen na hat er kurz voll laut hoch geregelt ihn eben dann ging das wieder das heißt bei mir war es jetzt nicht bei mir ja bei jedem ist ja irgendwie alles unterschiedlich ne ja das ist aber auch normal dann manchmal nervt das mit mir ich hab standbild äh hier wenn ihr diese komischen small hearts oder large hearts also die herzen habt ne und ihr wisst nicht was damit zu machen dann gibt mir die mal salatschein ich lass den mal avoid'n alter ne weißt warum kannst du tränke rausbauen ok stärker tränke wie salatschein ich lass den mal avoid'n alter ja hab ich nämlich jetzt in dem anderen jetzt auch nachguckt was man damit machen kann ok stärker tränke ist ganz gut cool was wollen wir damit machen weiß ich nicht einfach nur ein bisschen checken umann gibt es gibt auch leuchttränke ist voll geil leuchtest du wie ne weihnachtskugel können die eigentlich noch einen machen oh johnny was ist irgendwas ist bei dir ich fahr grad normal mit dem Boot also was ist denn nein irgendwas ist bei dir gewesen im Hintergrund eben ja entweder meine Vögel oder so oder weiß nicht was ne was riesen was lautes ein Flugzeug unterwegs oder was ne was riesen was lautes ein Flugzeug unterwegs oder was ja vorhin ist ein Flugzeug hier irgendwie und eben 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 nein aber was war das denn war krass uff ein UFO ein UFO ein UFO die wollten mich grad mitnehmen und haben gesagt ach du wirst einmal aufnehmen ne dann noch nicht ja Moment Jungs Moment ruhig Blut wir warten nochmal kurz wartet Moment ruhig Blut ich sagte dann ihr habt auch Interessen zu kommen auf die Reise naja auf jeden Fall ich mach das denitiv 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 du Butterbörne du alte Butterbörne du Kinder hast ja nochmal du Butterbörne nein du 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 leck du auf nein du okay hehehe neeein er hat aufgelegt neeein das machst du doch bestimmt immer mit deinen Freundinnen ne neino was würde Johnny damit wenn er eine hat wenn ich meine Freundin habe ja Johnny hat nur Freundschaft plus ich habe Bekanntschaften ja genau Bekanntschaften Mann ich meine ja nur wenn du eine hast dann machst du das so ne Ich schläg einfach auf. Wo bist du nett? Toll, da ist das natürlich jetzt nicht drin. Willst du mich verarschen? Oder so? So. Krass, krass, krass. Was ist das denn hier? Ich hab immer Angst, neue Sachen zu craften. Ich hab immer Angst, Sachen zu craften. Nicht, dass der Server dann abschmiert. Weißt du, das ist doch das Problem. Ach, passiert schon nicht. Gibt sich die Hall of North eigentlich wirklich oder ist das nur ein Mythos? Nee, gibt's wirklich. Irgendwas mit 8000 Blöcken. Ich bin schon bei minus 3000. Was gibt die wirklich? Oh, Johnny! Lauf auf deiner Maus herum zu klicken. Ihr könnt das gar nicht hören, nur wenn ich rede. Nein, auch so. Ja, ja. Ja, das ist noch nicht extrem laut bei dir. Noll, der hat aber Mikrofon direkt da hängt. Ja, dann mach doch mal die Maus einfach weiter nach rechts oder so. Äh? Du, 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 du. Du, 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 du. Meinst du, wie ich beschissen beim Aufnehmen immer sitze? Beschissen halt, so wie immer. Ist auch nicht lustig. Bist ja auch beschissen, also. Mach halt schöne Rücken kann jetzt so gut. Ja. Aber ich glaub deiner nicht, Johnny. Komm, jetzt mach diesen scheiß Trank fertig. Ich will ihn mal ausprobieren. Pass auf, jetzt schmied der Server deswegen ab. Wenn ich den Trank getrunken hab. Wehe. Ich weiß es doch nicht. Ja, ich muss die Leck grad schon wieder. Johnny ist doch am Laufen. Ich geh hier ganz lange lang. Außerdem fahr ich mit dem Boot gerade. Ich müsste eigentlich mal ein Portal bei dir ansetzen, Centus. Ich geh mit dem Boot in Heaven. Will ich also keine. Das will dich keiner haben. Das will dich keiner haben. Doch. Ich komm mal zu dir. Bis hinten beim... Alter, was hast du hier eingerissen? Hä? An der Treppe hast du kein Jetpack? Ne, das soll keine Treppe sein. Was? Mein Boot ist an so einer scheiß Lillipad zerschellt. Aha. Und ich hab ne Festung, also ne komische Festung. Guck mal, leuchtig eigentlich? Keine Ahnung. Ich seh nur Blubberblasen um hier rum. Ja, okay. Müssen wir noch einen Moment warten, bis es dunkel wird. So, erstmal die Festung. Komm her. Machst du hier. Wieder abreißen. Warum? Von alleine neu bauen lassen. Okay. Was für ne Hupen zum Scheiße. Ich guck wieder in die Kiste, fliegt wieder raus. Haha. Also, ich hab... Ich durfte da nix machen. Sorry, ich hab hier noch ein paar Sachen von dir eingesammelt gehabt. Ja. Hm? Deine, ne? Ne, ne. Hup. Was denn? Ein paar Steine. Sag doch Steine, ne? Ich hab meine verstanden. Kaum kann sich jemand dunkel werden. Mal gucken, lass doch genug zu tun. Oh, Johnny. Was denn? Ich blick doch nur. Ja, aber wie? Ich gehe ganz leise. Ja, leise, das ist wie ne Hammerschlag hier. Das ist kein Scherz, du musst das mal anhören. Mal gucken, ey. Ich hab keinen Bock auf Busch und raus. Ach, scheiße. Ich sollte auch mal Steine reintun, bevor ich den... Töter ins Lagen. Und bei dir ist es auch voll laut. Mach mal die Tür zu. Oder hast du die Vögel bei dir im Zimmer? Bei mir ist alles, nein. Wir müssen alles zu. Meine Tür zu und alles. Die Vögel, die gehen ja richtig ab. Und er ist auch extrem laut. Ja. Ich rede voll leise. Ja, aber ey. Haut das Mikro mal so hoch. Ja. Irgendwas musst du da noch richtig einstellen. Stell dich gleich mal richtig hin. Du mir die auch. Hast du den Trank eigentlich aufgehoben? Ja. Trink den mal nachts. Sonst hat der ja keinen Sinn, wenn man leuchtet. Ja, ich glaube auch. Hallo. Man soll angeblich leuchten. Wie so ne Christbaumkugel. Ja, du bist auch ne Christbaumkugel. Wie immer. Nein. Ey Johnny, das ist krass bei dir.